Ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal aus der Kategorie Alltagsfragen. Ich war heute fast den ganzen Tag im Auto unterwegs und dabei ist mir folgendes Phänomen mal wieder bewusst geworden. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die in der Nähe einer Autobahn leben, dann beschweren die sich oftmals darüber, dass morgens dieser Autobahnlärm unerträglich ist. Dieses Gehupe und Gebrumme einfach nicht zum Aushalten. Gegen Abend, da wird die Situation dann schon etwas angenehmer. Und wenn man die Betroffenen fragt, weshalb sie denn glauben, dass morgens dieser Autobahnlärm viel lauter wäre, dann bekommt man meistens als Antwort, morgens, da waren die Menschen alle zur Arbeit, da ist viel mehr los auf den Straßen und deshalb ist es morgens lauter. Aber wenn man sich das etwas genauer überlegt, dann wird einem bewusst, die Menschen wollen ja auch alle wieder nach Hause. Das heißt, prinzipiell dürfte abends auf den Straßen genauso viel los sein und es müsste auch eigentlich genauso laut sein. Deshalb gibt es auch noch eine physikalische Erklärung für das Phänomen, dass morgens der Autobahnlärm lauter wahrgenommen wird als abends. Und dieses Phänomen oder diese Erklärung möchte ich euch hier mal präsentieren. Begleiten wir also mal ein Auto auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben jetzt erstmal die Situation, dass es morgens ist. Und dann können wir mal aufschreiben, hier am Morgen und folgende Gegebenheiten. Wir haben hier schon ein bisschen Sonne, das heißt, die Sonne darf hier mal munter losstrahlen. Die Sonne hat die Erde aber noch nicht wirklich erwärmt. Das bedeutet, die unteren Luftschichten, die sind noch ziemlich kalt. Die oberen Luftschichten, die wurden aber schon durch die ersten Strahlen etwas erhitzt. Und hier haben wir also schon eine wärmere Situation. Und wenn wir jetzt den Schall losschicken, dann trifft er irgendwann auf diese Grenzflächen und wird nach unten abgelenkt. Denn Schall wird in die Richtung abgelenkt, in der die Schallgeschwindigkeit kleiner ist. Und hier in den wärmeren Luftschichten, da haben die Teilchen, die Luftteilchen von der Sonne schon etwas Energie bekommen. Das heißt, die haben schon richtig viele Lahn und Pepp und Düsen hier durch die Gegend. Und Schall benötigt ja ein Medium, um sich auszubreiten. Da eignen sich diese Luftteilchen hervorragend. Und wenn diese Luftteilchen viel mehr Energie, Bewegungsenergie haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die aufeinandertreffen, auch viel größer. Und deshalb ist die Schallgeschwindigkeit hier bei der erwärmten Luft viel größer. Übrigens ist deshalb auch im Wasser die Schallgeschwindigkeit viel größer als in Luft, weil einfach mehr Teilchen sind, die aufeinanderstoßen können. Und das erhöht die Schallgeschwindigkeit. Man kann mit dieser Überlegung sogar die Lichtbrechung erklären. Denn der Licht wird auch in die Richtung gebrochen, in der die Geschwindigkeit des Lichts dann abnimmt. Ja, jetzt haben wir die Situation am Morgen geklärt. Wie sieht es denn aus am Abend? Man kann sich wahrscheinlich jetzt schon denken, da ist alles einfach umgekehrt. Die Erde hat sich schon aufgewärmt und gibt jetzt wieder die Wärme ab. Das heißt, die unteren Luftschichten, die sind jetzt warm. Und die Sonne strahlt nicht mehr so stark am Abend. Das heißt, oben, die oberen Luftschichten, die haben sich abgekühlt. So. Und wenn jetzt der Schall von unten hier auf die Grenzfläche trifft, dann wird er nach oben abgelenkt. Denn hier ist die Luft kälter. Und das heißt, auch die Schallgeschwindigkeit ist langsamer. Und das bedeutet eine Ablenkung nach oben. Und hier kann man sich dann freuen, weil man den Schall nicht so stark abbekommt. Und das ist die physikalische Erklärung, zumindest die teilweise physikalische Erklärung für dieses Phänomen. Wir könnten jetzt auch noch Luftdruck und Luftfeuchtigkeit mit einbeziehen. Aber das ist so der stärkste Faktor mit diesem Temperaturunterschied. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls euch noch mehr Alltagsfragen interessieren oder wenn euch diese Kategorie von Video Spaß gemacht hat, lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare, bewertet dieses Video, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht habt. Und dann hört ihr mich bald wieder bei neuen Alltagsfragen, Mathe-Rätseln oder sonstigen Phänomenen. Macht's gut bis dahin und ciao.